Ohhhh... Der Schnitter. Der hat mir übel genommen, dass ich ihn von hinten mit Barbatir erschlagen habe. Bring dich auf den verdammten Punkt! André, ich brauch deine Hilfe! Oh, jetzt muss ich ihm erklären, was THD heißt. Hat er gefragt? Ja, und da ist ein Stand vor. Ich hab ihm mal geantwortet. Oh, André! Nein! Das war unerwartet! Ja, ich hab's gesehen. Wir haben ihn! Guck, ob ich auch noch snipen kann. Kann's noch nicht machen. Oh, André, jetzt bist du fällig! Was? Echt? Hast schon recht, André, hast schon recht? Ja, ich weiß, ich weiß! Oh! Wow! André, was benutzen du für eine Schrotflinde? Die ist ja kass! Man muss sie nur wissen, wie man sie einsetzt. Teleporter wird aufgestellt! Oh, ich kann ja auch was anderes machen. Ich will dich stillhalten! Ja, stimmt. Alarm! Eroberung! Scheiße! André, treff! Ja, volle Heilung! Ich bin schon mit dem Schwert. Das ist wahrscheinlich nur aus der Nasenspitze, wo der fehlt. Du hast mich langsam nachladen sehen, ne? Hm, ich denk mir so, komm schon! Ja, das wird jetzt heftig! Ich bin blödes Heftig! Ich bin blödes Heftig! Ach, komm! Ey, du kannst doch nicht beim Essen stören, du Eimer! Wie war das mit dem Besten? Dabei habe ich noch nicht mal die größte Kanone rausgeholt! Hallo! Jetzt hören wir auf hier mit den schlechten Sätzen, ja? Ich weiß gar nicht, was du meinst! Ach komm, ist doch doof! Komm her, Lüdi! Komm her! Ach! Okay, 6, ich mach dich! Mit der kleinen Sentry, da habe ich nicht gerechnet! Hm, ich weiß! Deswegen mag ich die ja! Was? Hast du's geschrieben? Voll sauber! Au! Ah, das war erst so schön, wo ich auf dein Kopf kurz war! Sad, very sad! Na, Lüdi! Ja! Bloody Spy! Ach Gott, zwei Schiss! Ach komm, André! Das war ich doch gar nicht! Ja, weil es beide, André, das ist scheiße! Ach du, er kommt! Ich weiß! Ich glaube, der ist schon da! Oh! Oh! Schön, André! Der Punkt gehört jetzt um! Ja! Hier nützt eigentlich Schädel nicht viel! Nein! 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 Block! Ach, ich weiß! Wie? Der! Ah! Ja, jetzt hat er wieder volle Hitpoints! Jep! Kann auch nicht wahr sein! Heu doch! Teleporter zerstört! Oh, hi! Du, wieder so kurz davor! Ach, stimmt! Der Scout zählt ja doppelt beim Eroberen von Dingen, ne? Da ist noch der Handy! Nee! Boah! Glaub mir! Nein! Ach! Nein, da ist der Handy! Hock der Preis!